Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Lena aus dem Haus der Jugend. Wir sind heute im Innenhof versammelt mit ganz bezaubernden KollegInnen. Das ist der Björn, der Luca, der Lüfte und der Lars. Wir machen heute Kirschpernweitschpucken. Wir haben hier schon mal was vorbereitet. Die Startlinie, die darf selbstverständlich nicht übertreten werden. Und wir waren mal ganz optimistisch. 5 Meter haben wir gedacht, schaffen wir locker. Alles was darüber hinaus geht, messen wir nach. Und der Björn hat sich auch schon bereit gemacht. Der fängt jetzt an. Wir haben natürlich Corona-konform alle einzelnen Schälchen. Und die Kirschen sind gut gewaschen. Wir halten die Abstandsregeln ein. Und ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los! Oh, das sah gut aus. Oh, guck mal! Ich fahre schon mal die ersten. Oh ja! Das... Oh! Das ist... 1 Meter 5, sage ich nochmal. Also 6 Meter 5. 2 Meter 5. Das ist eine kleine Schuss. 2 Meter 5. 1 Meter 5. Und sie sind noch alle. Jaaa. Oh, es ist nur ein Schuss. Achja, wie ist es denn? Ich bin jetzt schon wieder. 1 Meter 38. Ich weiß nicht. Oh, oh, oh! Nein! Ja! Wow! Wow! Au ja! Ich bin mit der Kasse. Ich bin mit der Kasse. Ich bin mit der Kasse. Ah, Kasse. Oh ja! Oh! 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 Ich bin mit der Kasse. 74. Also 9,74 Meter. Der Trainer. Der Trainer. Polly! Ja. Das war die Hexapurze. Ich muss ordentlich abgekaut sein. Sonst holen wir nicht. Ich bin jetzt wieder. Mal mit der Aschlasse. Mhm. Angst! 9,28 Meter. Mit den 20 Exxadents 9,48 Meter. Ja! Ja! So ihr Lieben. Ihr seid gerade. Macht es nach. Und wenn ihr Lust habt, schickt uns gerne Videos. Vergesst aber die Einverständniserklärung eurer Erziehungsberechtigten nicht. Tschüss!